ja dunkle grüße und willkommen zurück zu doom eternal oh yeah ich bin mir nicht ganz sicher ob ihr es seht aber nein warte ich fange anders an auf einmal starten so hallo leute ja voll gut ne fahrtenaktualisierung sehr schöne sache ja ihr habt gewiss gemerkt dass es die tage keinen doom gab daran bin ich aber nur halb schuld also eigentlich sogar gar nicht klettern wir kommen jetzt darauf über das da oder was da auch nicht ja praktisch die sache jedenfalls auch jedenfalls er gab es ein paar tage keine folgen denn meine grafikkarte ist abgeschmiert endgültig nach sieben jahren ja okay war vielleicht an der zeit das war ein zeichen was gesetzt wurde würde ich sagen von wegen festgehalten hier ohne was zu rücken aua und ja war nicht so schön aber ist wie es ist aua und darum konnte ich eine weile keine folge mehr aufnehmen von nichts den einen oder anderen ich persönlich tatsächlich in den kommentaren dann das ganze auch geschrieben aber wahrscheinlich sollte mich nicht mitbekommen davon gehe ich mal stark aus deswegen müsste es jetzt genau darum gab es kein doobie doom und auch keinen dragon ball und wo ist der hochgefahren wurden war toll herausforderung gleich für mich um mann um mann lange gespielt und gleich sowas ich benutze ich lieber noch nicht moment warte jetzt bin ich ja hier wo ich so gleiche ebene ach so ok krass jedenfalls ne das ist dann die erklärung für alles und jetzt geht er nicht weiter es war eine ganz schöne strapaze das ganze und auch völlig unerwartet das nervig und doof sollte für andere waffen nehmen oder so wie war das was sie gab ja wie es noch gleich gegen das spiel gegen das spiel so gegen das spiel hier aber 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 kettensäge habe ich sowas zufälligerweise erpflege ist haben wir veröffentlicht vom 22 war das einfach geschafft aber man das war eine sekunde der gestorben sind der kill animation so ist so wiederum das ganze das was richtig herausstechen herausstechen tolles jetzt na ja im zwangsumrüsten ich sehe ich schon eigentlich seit jahren seit jahren tatsächlich also seit zwei jahren mindestens vor aufzurüsten grafikkarten dänischer was sagt ja gut ich das ist alles teuer geld ne und und noch geht es ja irgendwie aber jetzt muss ich eine neue grafikkarte habe alter vater meine ich kann dieses spiel hier Nein fack ich kann du mit hörnen auf so kraft mega unsere einstellungen spielen mit ich weiß ich will er so verdammt ich sterbe gleich voll fack wie soll die schilder die dinger das ist doch unglaublich ich habe eben noch keine schüler gehabt ich habe kein leben mehr also ich spiele doomy turtle auf mega mäßig maximalen settings maximaler kann man sie nicht haben und ich habe laut der ingame anzeige über 130 fps das ist für mich ein völlig neues erlebnis wobei die auch natürlich trotzdem immer noch bei 30 fps sein wird aber selbst wenn ich den mist hier tatsächlich auf eine sehr höhere aufrüstung einstelle habe ich immer noch habe ich immer noch so abartig hohe das war jetzt aber easy abartig hohe fps also ich kann selbst auf wqhd spielen immer noch extrem viel das ist wahnsinn aber das hat sich schon gelohnt die aufrüstung ach das war müssen sorry gleich machen können ist schon geil das gefühl jetzt hier mit ich meine vorher nicht mit 30 zu kämpfen und jetzt das hier wahnsinn also was nehmen wir uns schönes ähm äh also sinnvoll wäre natürlich achso hab ich schon voll mich stottert das hier ein bisschen doch nicht achso mehr rüstung ist mir jetzt nicht aufgefallen nicht wirklich schwere wenn die länger brennen dann dann logischerweise äh äh geben die auch mehr rüstung oder was durchs längere brennen hm hm na blut schlag wieder auf nee nee ich glaube tatsächlich nämlich eher das hier wohl sinnvollerweise mach dann die rüstung ein bisschen höher wo ist die leben ich glaube erst die leben weil ich bekomme ich irgendwie leichter und schneller zack mal die rüstung dazu und dann habe ich das bonus x2 geschaltet so machen wir das dankeschön so jetzt weiter im text keine munition mehr äh äh falscher weg ich halte die jaffe trotzdem mal ausgerüstet weil ich immer gleich bestimmt auf jeden fall definitiv ok cool nein nein oh ah möglicherweise ein geheimnis naja toll habe ich kein gettenssehgefühl für den das ist aber 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 meine leben was zum blöd mann und ich bin tot aber ich glaub's ja nicht sag mal geht's doch oder was das war ja sowas von null nummer gerade bum 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 aufspringen das war ja ne null nummer alter falter guck einer an tatsächlich ein geheimnis das ganz ohne die mappe zu nutzen vor allem so jetzt habe ich was für mein anzug ich glaube ich habe jetzt vier dinger gesammelt oh sieben sogar schon was zum sollte ich vielleicht so langsam irgendwie mal investieren um oh ich muss noch weiter runter und oh ich muss noch sonst wohin überall auf der karte ach mensch äh wie war das waren das die runen äh war das das hier die das sieht aus wie eine rune irgendwie oder was kann es wohl nicht ganz gewesen sein aber Anzug Anzugmünzen waren das so okay die runen waren dann das hier wahrscheinlich wer weiß wer weiß so ich habe sieben stück investieren mal irgendwas mhm immun gegen schaden von fassexplosion naja respawn ist ganz cool ähm das ist auch nicht verkehrt äh gut das war jetzt auf dem bild ein einziges ding das war vielleicht nicht gerade viel kürze abklingzeit moment länger eingefroren abklingzeit ist gut schaden erhöht komm jetzt muss ich das auch noch öfter benutzen die force boy also die die dingens aber per se das hier sinnvoll das werde ich weniger oft machen ich werde wahrscheinlich nur noch diese eisbombe machen vergleichsweise weil das macht ganz coolen eindruck der rest irgendwie nicht so äh der fühlt sich schneller wieder auf das ist ja auch eine idee glory kills aber da braucht wieder zwei mehr toll äh enthüllt die automapstation nja enthüllt brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt wenn ich irgendwann alles finden will ja ok aber hm 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 ich meine fürs suchen das ist ganz cool für den kampf ich meine wenn ich sowieso ordentlich suche brauche ich das gar nicht das zeug ist doch alles ohne deswegen lass ich es mal erstmal wie es ist jetzt gerade und vertraue weiterhin auf mein generelles findungsgeschick das ist ja bisher ganz in ordnung und funktioniert soweit hier auch das zum achso jetzt da gehts hier da runter und hier gehts jetzt hoch aber war nicht bereits ja toll höh ich bin verwirrt war das hier wo ich drauf springe ah alles klar nein doch nicht hä das verstehe ich jetzt nicht ganz ich hatte doch bereits eben gerade als ich hochgefahren bin da einen Wegpunkt der ist jetzt weg der Wegpunkt hab ich hier was nicht gesehen von oben toll ich bin wieder hier awesome hä da wohne ich da oben nicht ran ah da komme ich wie ran war das da ne wie soll das funktionieren wo ich doch unterfahren damals aktiviert das ist doch irgendwie ganz merkwürdig da war doch eindeutig dieses hier musst du lang symbol ist einfach weg und jetzt weiß ich wo ich lang muss und überhaupt sowieso auch echt wieder position ist nur das hier was ich bewegt dadurch oder ich sehe nichts wo ich anspringen könnte wenn ich da oben drauf bin eine kletterwand und nix wo eben das hier aber es bringt mir nicht wirklich liebe leute verarscht mich doch nicht so ja ich würde da gerne das obere rein muss ich das verstehen ich fürchte ja aber ich tue es nicht ich sehe den mechanismus gerade nicht was ich machen soll verdammt ich muss eindeutig hier rauf mal hier oben ist in der marke der mag aber eben noch hier gewesen ist der weg aber ich komme nicht weiter nach oben die geht das denn zu ich kann man nicht so hoch gesprungen wie das da ist es ist echt ja ganz herz liebst gerade ich bin völlig ideenlos das war es also heute mit du mich hören liebe leute wir hier zum nächsten mal wenn es heißt ja was auch immer kann noch mal hier runter wenn ich kann noch hier auf diesem weg darauf also erst der quatsch das ist der einzige weg zurück also wenn es muss einen grund haben das ding um zu hauen da oben weil hier war ja mein fest mag auch gewesen wahrscheinlich war das hier gemeint aber ich sehe nicht dass dadurch besser geworden ist doch trotzdem noch alles geht dazu oder was denn ich komme da ähnlich drauf und sie war dann vielleicht runter gefahren auch nicht das gehört auch nicht hin und da käme ich auch nicht ran durchspringen weil es hier im weg ist das hat alles hin und wollen ich hin gehe mich da rein wäre das top das da muss runter gehen das gitter was ging ja gar nicht runter oder wenn es geht herunter geht durch diese aktivierung hier tut es aber tatsächlich definitiv nicht dann käme ich dahin das echte was auf geht mir ist es nicht manchmal das hier geht auf wo es wahrscheinlich aufgehen muss irgendwie ich bin gerade total ratlos was sehe ich denn hier gerade nicht viel ich muss irgendwas übersehen das ist doch eindeutig nun was ja man toll da war ich überall schon das kriegt jetzt auch nichts ich würde ja gern wieder oben rauf aber die erlauben mir das irgendwie nicht die schweine oh man total verkackte aufnahme hätte ich sowas geahnt hätte ich mir keine neue grafikkarte gekauft und weiter gespielt sondern einfach aufgehört nimmt sich ja gerade nichts ich würde irgendwie ran nee ich will da oben rauf doch oder warte vielleicht kann ich eine idee habe ich gerade vielleicht noch eine mini chance dass ich hier auf vor alles klar das ist es dann wohl gut darauf schwingen irgendwie oder warte aber wohin genau da ist zu da komme ich auch nicht drauf das kann es ja auch nicht sein weil es trotzdem ist da oben das ist das zum schwingen eindeutig und ob das funktionieren kann moment moment Untertitelung des ZDF, 2020